Wir sind jetzt in Bergheim bei unserem Kunden Festorf. Was haben wir hier alles gemacht? Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, die komplette Technikzentrale, die Gerätschafter, die Lüftungsanlage, hier hinter uns sieht man den Heizungsverteiler, einen Teil vom Kältenetz, quasi alles angeschlossen in Betrieb genommen. Wir haben die Feldgeräte montiert, zum Teil ins eigene, zum Teil ins Fremdgeräte. Auch die haben wir alle angeklemmt, haben die ganzen Geräte in Betrieb genommen und gemeinsam mit den beteiligten Gewerken die gesamte Anlagentechnik ans Laufen gebracht, so dass sie dann jetzt im Sinne des Kunden funktioniert, wie es ursprünglich mal in der Planung gedacht war. Die Inrauchung war dort ein Riesenthema. Bis man die korrekt umgesetzt hatte, weil es einfach planerisch recht schwierig war, diese geforderten Luftmengen zu erreichen. Und da hat man einiges dann von unserer Seite in der MSR-Technik an den Steuerungen dann quasi nachgerüstet umgebaut, um dann wirklich das auch rechtssicher dargestellt zu bekommen. Die Firma Festorf zählt zu einem unserer besten Kunden. Wir haben ein sehr langjähriges partnerschaftliches Verhältnis, haben bereits einige Projekte in der Vergangenheit umgesetzt, nicht nur hier am Hauptsitz, sondern auch an weitere Standorte hier und freuen uns natürlich auch weiterhin auf spannende gemeinsame Projekte.